Ich glaube, es kommt mehr zusammen. Die Lockdown-Maßnahmen werden in der Form, glaube ich, nicht so ernst genommen wie im Frühjahr. Natürlich, die Saisonalität macht einen Unterschied im Hinblick auf das menschliche Verhalten und soziale Zusammensein. Die Varianten spielen wahrscheinlich auch eine Rolle, klar. Und ich denke, was wir erwarten können, dass es im Sommer wieder ähnlich sein wird, dass die Zahlen runtergehen. Und dann wird jeder sagen, das war's. Und es wird schwierig, politisch durchzusetzen, dass man sich jetzt vorbereitet auf den nächsten Winter. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich wenig Anhaltspunkte, dass es jetzt im Herbst massiv anders wird, wenn wir uns nicht alle wirklich am Riemen reißen. Vielen Dank.